Willkommen zu einer weiteren Folge von Kommando Conquer 3 auf der Seite von Nod. Wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Weißen Haus. Aubern Sie das Weiße Haus in Washington DC, um die Moral der GDI zu brechen. Oder Andrews Air Force Base, das stören Sie die Andrews Air Force Base, um den Start von Flughelfern zu verhindern. Habe ich das jetzt richtig vorgelesen? Genau, äh, Flughelfern, oh Gott. So, wir nehmen erstmal die hier, damit wir keine feindlichen Fluginheiten für die nächste Mission haben. So, wie immer, auf leicht und los geht's. Äh, schon wieder kein Basisbau, oder was? Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert zwei Landeplattformen im Norden der Basis. Ihre Zerstörung bedeutet das Ende für diese Luftwaffenbasis. Suchen wir diese Landeplattform. Oh, Mann. Soldaten! Kann ich mich irgendwo... Ah, nee, erstmal das Gebäude hier zerstören. Suchen wir sie! Da! Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. Die GDI hat in der Nähe einen kleinen Vorposten. Vernichten Sie ihn und mögliche Patrouillen, damit wir einen Stützbund errichten können. Ah. Stützbund. Robert, los! Hallo, GDI. Bin unterwegs. Einheit wird angegriffen. Schnell! Ich kann helfen. Haltet die Augen auf! Was braucht uns? Oh, nicht mit dem Ingenieur. Oh, 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 das war knapp. Holt sie euch! Keine Gnade! Ich werde dann so weit. So, und dann diese... schicke dinge commander verstärkung ist unterwegs ein treibstoff depot nämlich das ein keine ahnung wo sind es ach der bauhof war das krieg ich auch mit bieten kriege ich schon mal nicht die ist ein bisschen oder ich das irgendwie übersehen kommandozentrale waffenfabrik krieg ich nicht ich kann gibt es hier irgendwo ein tibirium turm vielleicht wozu habe ich dann diesen saboteur dabei der zugang zur luftwaffenbasis ist gut gesichert stören sie die energiezufuhr auf der klippe um die defensivsysteme zu deaktivieren nutzen sie dazu die gleitenfähigkeit der schilder die schilders zu ihrer unterstützung sind eingetroffen die schilders können diese defensivstellungen aus der luft zerstören die schilders nun okay der eine tom ist wenigstens im eimer wird erledigt schnell weg schnell weg hier geht's lang na da ist ein ist das ein tibirium turm ich habe gerade keine ahnung shadow kommando können wir uns wieder kaufen aber das möchte ich momentan nicht kommt jetzt runter bauen wir uns noch ein paar buggys gehen wir auf die jagd die schwingen von gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd so ich wollte ja noch gucken wenige geheimdienst dokumenten das shadow team das dürfte jetzt erst gekommen sein die militärdoktrin wirklich das ist immer noch neu das ist gut dann haben wir bei der gta-kampagne wirklich nichts verpasst gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd wie habe ich jetzt so wo sind die feinde zwölf ich bin unterwegs gucken wir mal gehen wir auf die jagd schnell das wird ein fest gehen wir auf die jagd einheit wird angegriffen ah da haben wir noch ein türmchen gehen wir auf die jagd unterwegs da ausbildung hier raider schnell die bruderschaft vertraut ich höre und ich vertraue dir was können wir denn hier noch entwickeln besetzt ich hätte lieber was für die fahrzeuge ausbildung gehen wir auf die jagd vorwärts gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd bin unterwegs schnell gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd die transporter wollen zu unserem stützpunkt naja ich habe zum glück ein paar einheiten dabei gehen wir auf die jagd bereit gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd ein halb tot angegriffen hier raider vorwärts ich sollte noch ein ingenieur bauen für den zweiten turm gehen wir auf die jagd was steht als nächstes an die bruderschaft vertraut gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd nichts wie weit kommande halten sie bloß den stützpunkt wenn sie den kontrollturm der gdi zerstören fallen ihre orcas und transporter aus gehen wir auf die jagd empfangen die gdi koordiniert ihre luftangriffe über diesen kontrollturm zerstören sie ihn um die luftwaffe der gdi auszuschalten gehen wir auf die jagd vorwärts los jetzt gehen wir auf die jagd angriff gehen wir auf die jagd angriff gehen wir auf die jagd gehen wir auf die jagd Notabschau! Nein, nein, verloren. Yes, yes! Vorwärts, los! Angriff! Ausbildung. Wir müssen den Kontrollturm zerstören, bevor Sie reagieren können. Angriff! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Freilich ein eigener Sicht. Einsatz Ziel erreicht. Gehen wir auf die Jagd! Verschangen wir! Notmods? Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Notmods sind jetzt bereit für Produktion! Yeah, geil! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Einheit wird angegriffen! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Angriff! Gehen wir auf die Jagd! Schnell! Vorwärts, los! Bin unterwegs! Notmods ist bereit! Einheit befördert! Einheit verloren! Notmod ist bereit! Ja, bin bereit! Ich glaube, ich verliere ganz schön viele Einheiten momentan. Notmod ist bereit. Angriff! Notmod ist bereit. Vorher ist los! Gleich haben wir's, Brüder. Notmod ist bereit. Angriff! Jetzt, jetzt! Einheit besser. Dann wird ein Fest! Notmod ist bereit. Einheit genug. Notmod ist bereit. Schnell! Mit sie nieder! Notmod ist bereit. Notmod ist bereit. Vorwärts los! Einheit wird anliegen. Notmod ist bereit. Was für ne Luftabwehr? Keine Extrawurst! Notmod ist bereit. Hiddenrod! Angriff! Angriff! Notmod ist bereit. Ja? Wir verschwenden Zeit! Macht sich Platz! Aufgewandt! Aufgewandt! Notmod ist bereit. Mach sie fertig! Okay! Einheit genug. Notmod ist bereit. Leichte Beute! Wo sind die Feinde? Hiddenrod! Notmod ist bereit. Holt sie euch! Einheitszieler. Juhu! Notmod ist bereit. Gewonnen! Gewonnen! Wieder elf Minuten. Ging wieder flotty. Alle Ziele erfüllt. Alle Bonusziele. Und alle Geheimdienstdaten haben wir bekommen. So, und damit bleibt noch das weiße Haus übrig. Aber das nehmen wir uns erst in der nächsten Folge vor. Spitze bedanke mich. Bis dann! Ging wieder. Ging wieder. Ging wieder. Puh!